Joachim Willkommen zu einem neuen Video. Hier ist erstmal der neue Shop. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr rechts unten im Shop mein Creator-Code eingeben würdet. ARIANFN. Auf jeden Fall gibt es heute mal wieder ein Video mit Asoot. Den kennt wahrscheinlich schon der eine oder andere. Er hat mir schon bei mega vielen Videos geholfen und auch mitgemacht. Und da habe ich mir gedacht, er kann sich heute mal wieder V-Bucks verdienen. Ich würde sagen, schaut sich einfach an. Ich habe nicht erwartet, dass er so eine gute Runde macht. Und an alle, die sagen, es wäre fake, dass ich ihm nicht wirklich die V-Bucks bzw. das Geld gebe. Am Ende blende ich noch einen Beweis ein, dass er es wirklich bekommen hat. Und er streamt auch mega oft auf Twitch. Und da sieht man ja, wie viele V-Bucks er hat. Aber naja, los geht's. Hallo? Hallo? Was geht's? Ich habe gesehen, deine V-Bucks sind wieder leer. Ja, schon wieder. Für was hast du das ausgegeben? Für Fortnite-Skins. Hast du Lust, dir wieder ein paar zu verdienen? Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir spielen jetzt eine Runde Duos. Du hast eine Chance. Und du bekommst pro Kill 5.000 V-Bucks. Warte, wie viel? 5.000. Pro Kill? Ja, pro Kill. Okay. Aber du hast nur eine Runde. Du hast nur eine Runde. Okay. Also die alles entscheidende Runde. Nur eine Chance. Wo willst du hin? Direkt raus. Okay. Oder gehen jetzt mega wieder hin? Ist das ganz neu? Mr. Slick? Oh, hier ist kaum einer. Hier geben welche mit, aber der ist glaube ich nicht gut. Mausgehen. Mein Glück, dann überlebst du ja. Wie viel Kill willst du mindestens schaffen? Oder denkst du, schaffst du? Hier? Okay, müsste machbar sein. Alter, wie viele Paletten sind hier? Hab ich dir noch nie gelandet. Hab ein. Ja. Okay. Fuck, du hast schon zwei Kills. Ja, dann Wailing. Alter, wie sieht Wailing jetzt aus? Ja, richtig krass. Wollen wir mit den Dings, boah, ja, okay. Ja, ich würde sagen, Richtung Tomato Lady. Okay. Alter, ich kann mit den Teilen gar nicht fahren. Ich glaube, vor mir sind welche. Wo? Doch nicht. Wollen wir Richtung Pleasant Park und da schauen? Können wir machen. Oder ich glaube, am Schlauss mehr Loot Lake. Weil da kommen jetzt, glaube ich, alle von Tilted und so. Ja. Ja. Es sind zwei, oder? Hab eins. Fuck. Fuck. Ich hab den anderen. Sehr gut. Der hat schön für mich getanzt. Fuck doch schon drei Kills. Ja. Nein. Ey, man. Oh mein Gott. Ich hab schon mein Ziel erreicht. Junge, schon 20.000 V-Works. Alter. Hinter uns. Irgendwie wieder angeflogen kommt. Ja. Ja. Ich hab ihn. Hast du Healing für mich? Ja. Hier liegt ein Biggie für dich und Medikids. Komm das zu denen hoch. Sicher. Da kommen auch welche mit Flugzeugen. Hab einen. Hä, wie viele fliegen da? Hier hinten fliegen drei Leute. Ich hab's gesehen. Nice. Auf dem Berg auf 165. Wollen wir auf den Jump hennen? Ich geh jetzt einfach. Ja. Nein, Mann. Dafür hab ich die Pümpelgranaten mitgenommen. Ich geh hier oben auf diese Seilbahn und dann auf den anderen Berg. Guck. Wo ist sie? Wo ist sie? Ja. Hä? Nein, Mann. Ich hab' ihn. Ich hab' ihn. Ich hab' sechs. Warte, du hast 35.000 Vivacs schon. Alter. Kann ich die überhaupt alle an einem Tag im Fortnite aufladen? Äh. Ich glaub' nicht. Auf mich wurde geschossen. Von? Ich weiß es nicht. Ich glaub' von Dustin. Ich seh' es. Hier unten ist noch ein Big Shield. Oh. Das ist ein Junker. Ah, lass. Das ist nur einer. Das ist nur einer. Hier ist doch noch ein Ring für dich. Kommst du oder nicht? Ja. Achtung, das sind zwei. Nein. Ah, der 2,26er weiß. Noch ein weiß. Jaaah. Jetzt kommen welche. Oh mein Gott. Was? Neun Kills! Junge, was ist das denn? Nein, Mann, was? Was für 50.000 Vivacs, was? Ja! Es geht's! Oh mein Gott! Ich will halt gar nicht sein Gesicht sehen! Okay, 11 mal 5.000 Vivacs sind 440 Euro. Stimmt, ich seh's gerade! Hat dir das Video denn Spaß gemacht? Ja, richtig! Okay, und wie soll ich dir das Geld geben? Kannst du das meinem Vater über Paypal schicken? Ja, kann ich machen! Okay, kannst du mir gleich einen Screenshot schicken, wo ich dir das Geld geschickt habe? Ja, kann ich machen! Muss mein Vater mir dann geben! Okay, gut! Also, dann schau, ne? Ciao! Ciao! Ciao!